ihr seid nervig im bereich unten drunter ging es auch noch mal runter so ich weiß jetzt wie es dahin geht und zwar per pegasus schuh hätte ich das mal früher gewusst und hier drin ist ein paar fehlen aber das ist irrelevant weil ich das weil ich das ganze schon beendet habe und das jetzt im nachhinein aufnehmen also dann sagt und milk aus der zukunft jetzt tschüss aber wie komme ich jetzt hier rüber nach natürlich per inter hau zukunft vergangenheit jetzt ist vergangenheit dran oh jetzt kann sich dieses ding mal bewegen musst du da die mitte rennen danke ist hier noch irgendwo ein herz drin nein aber da ist ein herz minus drin ich wollte mich doch verarschen ihr wollt mich doch verarschen die bomben sind mir jetzt egal das herz nehme ich trotzdem gerne mit oh man kann es nicht einfach mal vorbei sein ist das herz gerade diesbohrnd es war so klar es war so klar es wird trotzdem interessant wie ich da hinkomme ja egal wie gloriere ich das erstmal zack ja hab ich mir schon fast gedacht pfff verarsch mich nicht scheiße egal ich hab ne feee ja nehm ich eigentlich schon auf 53 minuten das längste bisher aber ich muss gut zugeben ich habe in den ersten 20 minuten was anderes gemacht oh die die war schnell tot die auch achso weil ich gerade zugeschlagen habe hat mich jetzt gerade getroffen was ist das denn jetzt jetzt springt es in alle richtungen kommen kann ja nicht mal eine fee oder so auftauchen guten herz sehr gnädig was ist das jetzt sterbte wenigstens sterbte wenigstens das war klar ich sehe ja nichts und jetzt sind die herzen weg nein ach fuck ich hätte es mit einem bummerang oder was noch machen sollen lieber ah zu spät so wie sieht es hier auf der map aus hier geht es gerade durch lol ah zack ist mir jetzt egal so geht es schneller mhm hier geht es auch noch gerade durch neun nein 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 hier muss ich jetzt alles anzünden logisch was ich noch nicht probiert hatte war das hier naja weil es nicht klappt deswegen habe ich es nicht probiert ja da machst du mir mal einfach ja gut ich weiß jetzt nicht ob der stab weniger beziehungsweise eher mehr magie verbraucht als wenn ich das mit dem mit dem licht mache aber ouch ach junge ich verarschen gut einfach durchlaufen ähm nein oh mein gott ich weiß worauf das hinausläuft hä was zur hölle was zur hölle ja uff jonge hast ach die könnte einfach drüber laufen hätte mir fast denken können ach der hat einen Schlüssel ich hätte jetzt so wie jeder gedacht dass die einen mit dem kisten zünder wollen nur für den fall ok 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 ähm dann muss ich vielleicht funktioniert der trick ja jetzt na jetzt langsam Oh man, oh man! Wie kann man so dumm sein! So muss es gehen! Hä? Ich dachte, er kann nur seitlich! Gut, zweite Fee. Das kann knapp werden. So, ich brauche Zeit, um es zu verstehen. Pff! Ich bin so unendlich dämlich! Haha! Und zack! Okay, das war sogar ziemlich easy. Was ist das jetzt? Oh nein! Oh nein, nicht dieser Boss! Ich hasse diesen Boss! Okay, ich warte noch bis er weg ist. Geht der Typ auch mal weg? Ich geh nochmal neu rein. Das ist ein schlechter Scherz, oder? Warte mal, war es hier drüben? Ich hatte vorhin auf der Map was gesehen, wo ich hochgehen kann. Ne, das war dann schon doch hier drüben. Ach, dann ist da drüben der Ausgang. Ey, das will ich jetzt noch kurz klarstellen. Ja, da unten ist noch ein Ausgang. Das ist das, was ich meinte. Also unten links oder so. Oh ja, aber was ist... Hab ich irgendwas vergessen? Gab's hier irgendeinen Trick? Ach, ich dachte er jetzt spawned. Ach, ich dachte er jetzt spawned. Two hit? Okay. Oh, da unten. Das ist nett. Wahrscheinlich ist jetzt grad die Truhe gespawnt. Oh mein Gott. Was ein Schieberätsel. Äh, pfff. Ich bin überfordert. Ja, was ist das da? Was ist das da rechts mittig in dem Raum, wo ich grad bin? Hä, das wird hier... Okay. Ich hab da grad nix gesehen, was das hätte sein können. Bin ich jetzt bei Gano oder wie? Ja, mir fehlt zwar noch ein Raum, aber... Ist mir rein. Ja, scheißegal. Äh. 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 Lala, mein Respekt hast du bisher geschafft hast, Link. Ich freu mich dich wiederzusehen, denn das drittes Mal will es nicht geben. Okay, das scheint jetzt noch nicht Gano zu sein, das glaub ich auch gar nicht. Oh, direkt zweimal geltet. Easy, Junge. Ja. Okay, das ist fies. Oh, das war der falsche Angriff. Ach, das ist was. Oder? Nice. Oh shit. Was passiert hier? Okay. Okay, Link fliegt hinterher. Ich... Hä? Oh. So. Perfekt. Ich hoffe, ich werde den Part hier erstmal beenden. Also dann bis zum nächsten Part. Na, warte mal. Geh ich hier rein. Also dann bis zum nächsten Part. Dann bis zum nächsten Part.